So, wie sieht's aus? Heute Ranking Top 10 Pornos, die auf Overwatch-Charakteren basieren oder was? Äh... Ja? Hallo? Was machst du denn da? Ich spiel Super-Nintendo-Spiele, das ist so geil! Dann eben das von mir aus. Okay, dann jetzt unsere Top 10 unserer liebsten Super-Nintendo-Spiele ever. Unsere. Mario war seit jeher bekannt als der Klempner, der durch kunterbunte Welten hüpft. Umso erstaunlicher war dann die Entscheidung, dieses farbenfrohe Szenario für ein waschechtes und unglaublich gut durchdachtes Rollenspiel zu nutzen. Mit Legend of the Seven Stars hatten Mario-Fans die Chance, all ihre geliebten Charaktere wieder zu entdecken, mit ihnen zu agieren, gegen sie oder sogar mit ihnen im Team zu kämpfen. Dazu gab's eine schöne Geschichte und eine tolle Grafik, die das Erkunden der Spielwelt noch abwechslungsreicher gestaltet hat. Wer also mal einen Rollenspiel-Klassiker abseits der quietschigen Japano-RPGs sucht, der sollte sich das Super-Mario-Rollenspiel unbedingt mal anschauen. Der SNES war ja bekanntlich für vier Sachen berühmt. Beat'em-Ups, JRPGs, Spiele, die sich per Mund-zu-Kartridge-Beatmung reparieren lassen und großartige Sidescroller-Action. So auch Super Metroid. Ein wunderschönes Spiel, technisch auf höchstem SNES-Niveau, ein tolles Setting und eine schöne, düstere, erwachsene Geschichte. Super Metroid ist Kult und hat seinen Erfolg nicht nur seiner Protagonistin zu verdanken, sondern seiner fantastischen Spielmechanik und seiner Abwechslung in Sachen Gegner-, Level- und Rätsel-Design. Ja, außerdem hat's Backtracking ohne Ende, deshalb nur Platz 9. Mit Final Fantasy VI leitete die Serie in Europa auf dem SNES seinen Siegeszug ein. Seitdem ist die Rollenspiel-Serie vom Videospielmarkt nicht mehr wegzudenken und das hat einen Grund. Final Fantasy VI ist eingeschlagen wie eine Bombe. Eine riesige Welt, tolle Charaktere, spannende Geschichten auch abseits der Mainquests, effektgeladene Zauber und riesige Beschwörungen. Ergo alles, was ein Rollenspielerherz höher schlagen lässt. Shadowrun basiert auf einem Pen-and-Paper-Abenteuer und adaptierte das dunkle Cyberpunk-Setting für den Super Nintendo. Als Spieler hat man die Möglichkeit mit NPCs zu sprechen und Gespräche durch eigene Entscheidungen und Informationsbeschaffung zu lenken, was sich auf den Protagonisten und das zukünftige Spielgeschehen auswirkt. Besonders das Kämpfen ist eine Herausforderung in Shadowrun, denn in jedem neuen Raum können sich Assassinen oder Fallen verstecken, die es mit Hilfe von magischen Abilities und Waffengewalt auszuschalten gilt. Außerdem legt man sich im Laufe der tollen und vielschichtigen Geschichte mit allerhand Cyborgs, Zombies und Industriemagnaten an. So wie das bei einem guten Cyberpunk-Spiel eben sein muss. Secret of Evermore ist ein fantastisches Spiel. Es ist das erste von Square explizit für den westlichen Markt entwickelte Rollenspiel und sollte Speziellspieler in den USA und Europa ansprechen. Und deshalb wurde es auch so ungefähr in jede Sprache übersetzt. Diesem Umstand haben wir dann so unendlich beschissen schöne Namen wie Zora Zottelkopf, Professor Igor Seltsam, Hector Lektor und Gunilla von Fettamsel zu verdanken. Heißt, es spielt das Spiel um Himmels Willen bitte auf Englisch. Dann jedoch erlebt ihr eins der innovativsten und coolsten Rollenspiele aller Zeiten. Die Geschichte um die Parallelwelt Evermore ist nur das Korsett für ein unheimlich komplexes Spiel. Der Held wird mit einem mehrschichtigen Rüstungssystem auf verschiedene Kämpfe und Gegner angepasst. Mithilfe der Alchemie werden Tränke und Zauber zusammengebastelt und dann, dann hättet ihr da noch den Hund. Und der ist je nach Epoche mal Windhund, Wolf, Pudel oder Halbtoaster. Man muss ihn einfach lieben. Während sich heute alle über Stardew Valley freuen, als wäre es der heilige Gral der Videospieleentspannung, vergessen viele, dass es auf dem Super Nintendo eines der besten Spiele gibt, die dieses Genre überhaupt zu bieten hat. Harvest Moon. Drei Jahre Zeit, um sich ein wunderschönes kleines Farmleben aufzubauen. Voller Freunde, Tierchen, Einrichtungsgegenstände. Doch, was ist denn das da für eine Höhle? Was ist denn das? Was ist das? Ist das eine Truhe? Wie mache ich die denn jetzt auf? Die ist ja fast... Oh Gott, ich muss noch was ernten und... Was? Die drei Jahre sind schon wieder fast um? Nee! Und da war er. Der Harvest Moon wieder Spielwert des Todes. Alle drei Ingame-Jahre wurde das Spiel resettet und man fing wieder an. Und diesmal kümmerte man sich weniger um die eigene Farm, sondern mehr um die Menschen. Oder mehr um die Geheimnisse in der Spielwelt. Oder, oder, oder. Es gibt tausende von Zeldas und eins ist besser als das andere. Wofür viele Leute einfach die N64-Titel die meisten Emotionen mit sich bringen, darf man eines der besten Zeldas nicht vergessen. A Link to the Past schickt dich durch eine unglaublich schöne Spielwelt, lässt dich Amulette sammeln, dann gibt's das Master Sword und nach einer Menge Spielstunden denkst du dir, jetzt ist es aber mal vorbei, oder? Und dann, dann kommst du auf einmal in die Schattenwelt und Nintendo legt einfach nochmal gefühlt ein komplettes Spiel obendrauf. Das ist großartig und zwar so großartig, dass man für den 3DS mit A Link Between Worlds das beste Nicht-Remake ever geschaffen hat. Bevor wir aber zu unseren persönlichen Top 3 kommen, hier noch ein paar Spiele, die man für den Super Nintendo ganz unbedingt gespielt haben muss. Wer eine echte Herausforderung gesucht hat und für den Metroid oder Castlevania einfach zu lame waren, der hat sich mit Ninja Gaiden Trilogy angelegt. Eine Asia B-Movie-Geschichte als Gewand für eines der Sidescroller-Action-Adventures schlechthin. Mit Ninjas und Dämonen und unerbittlich harten Levels. Die Faszination für Ninja Gaiden kam durch die pure Härte des Spiels. Jeder Level-Abschnitt, den man geschafft hat, war ein Adrenalinschub und hat den Spieler mit Glücksgefühlen belohnt wie guter alter Sex. Nur eben mit Ninjas. Moment, das klingt super. Ich muss mal kurz nach Hause. Ey, warte mal, du musst auch noch Platz 1 machen. Was ein Typ, ey. Na gut, aber jetzt erstmal auf Platz 2. Terranigma. Eines der letzten Spiele für den SNES. Und das sieht man, denn meine Fresse, Terranigma ist ein schönes Spiel. Die Geschichte des Protagonisten Ark, die sich um Mythologie, Schuld und den guten alten Kampf gegen das gute alte Böse dreht, erfindet das Rad zwar nicht neu, tröpfelt aber wunderschön vor sich hin, etabliert tolle interessante Charaktere, Gegner und wenn wir uns das Kampfsystem anschauen, brechen wir plötzlich aus dem klassischen RPG-Segment aus. Und das macht Spaß. Kombo-Ketten, Spezialangriffe, Ausweichen, Springen, Konter-Perfekt-Timen. Hier ging's nicht nur um die Skills des Helden, hier ging's vor allem um die Skills des Spielers. Und das hat die Kämpfe wahnsinnig abwechslungsreich und spannend gemacht. Immer wieder toll, wenn sich Entwickler um neue Mechaniken bemühen. Terranigma ist dafür ein perfektes Beispiel. Okay, okay, mach noch schnell Platz 1. Also, ich bin ein blöder, verkackter Fanboy und ich vergöttere Tales of Phantasia. Was soll's. Ich liebe alles. Die Geschichte, die Grafik, die Spezialeffekte, die Charaktere, das großartige Kampfsystem. Ja, ich liebe Tales of Phantasia. Der Soundtrack, die Liebelein, die Bossfights. Dieses Spiel hat in Sachen Rollenspiel-Game-Design auf dem SNES einfach alles richtig gemacht. Vor so vielen Jahren hat dieses Spiel den Grundstein für meine Liebe zu Rollenspielen gelegt. Und da fällt mir schon wieder Ninja-Sex ein. Äh, tschüss! Hallo Freunde, hier auf diesem Screen könnt ihr Dinge anklicken. Ist du behindernd? Ja, bist du, weil du behinderst mein Spiel. Genau. Falls ihr uns nicht behindern wollt, dann könnt ihr einen Daumen hoch geben. Oder an der Umfrage teilnehmen. Ich fühl mich schlecht. Welche machen wir heute? Irgendwas mit Apache Kampfhubschraubern. Mögt ihr... Apache Kampfhubschrauber? Ja, nein. Apache Kampfhubschrauber. Nur ficken. Oder so. Da hinten sitzt Prinz David, der hat das vorgeschrieben. Red mal! Europa ist kurzxschraubern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.